Wir, Robin und Konsonin, sind CombiTicket Austria und wir haben eine Bitte. Und zwar schenkt uns euren nächsten Augenblick. CombiTicket Austria stellt diverse CombiTickets zur Verfügung, wie beispielsweise das Sportticket Eine Stadt, sieben Staden, womit es möglich ist, innerhalb einer Sportsaison sieben Sportveranstaltungen in Wien zu besuchen, wie beispielsweise ein Austria-Spiel, ein Handballspiel von den Fibers Margareten oder ein American Football-Spiel von den Vienna Vikings. Neben diesem Produkt haben wir auch drei Regionaltickets, womit man Unternehmensbesuche absolvieren kann. Das Regionalticket Ost umfasst die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgmann. Das Regionalticket Süd, Steiermark und Kärnten. Und das Regionalticket West, die restlichen Bundesländer Wien. Das Prinzip ist dasselbe. Man erwirbt das Ticket und kann dann mit einem Ticket ein spezifisches Unternehmen pro Bundesland besuchen. Man kann natürlich auch alle drei Regionaltickets erwärmen, womit man dann einen Unternehmensbesuch pro Bundesland in ganz Österreich beinhaltet hat. Man kann somit wirklich eine Rundreise durch Österreich machen. Aufgrund der derzeitigen Situation ist es uns leider jedoch nicht möglich, die Tickets wie gewünscht abzusetzen, da viele Unternehmen geschlossen haben und da man überhaupt nicht weiß, wann wieder Sportveranstaltungen mit Zuschauern möglich sind. Wir hoffen, dass wir mit eurer Unterstützung diese schwierige Situation etwas besser überstehen können. Und damit kommen wir auch schon zu unserer Crowdfunding-Kampagne und da haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar werden wir eine Wanderung nach Tirol machen. Das sind 380 Kilometer. Zusammen gehen wir also 760 Kilometer. Wir haben uns hier folgendes überlegt. Pro Euro, den wir im Zuge unserer Crowdfunding-Kampagne sammeln, gehen wir einen Kilometer in Richtung Tirol. Jetzt liegt es an euch. Mit eurer Unterstützung hoffen wir genug Spenden zu sammeln, um es bis nach Tirol zu schaffen. CompiTicket Austria bietet ja Produkte, die vor allem das Land Österreich widerspiegeln. Und auch im Sinne dessen steht unsere Aktion, die wir mit dieser Wanderung geplant haben. Denn wir wollen nur einen von vielen Wegen aufzeigen, wie man das Land Österreich erkunden kann. Neben der Wanderung selbst haben wir uns natürlich viele coole Aktionen für euch überlegt. Einerseits werden wir euch während der Wanderung mit coolen Live-Videos, Postings und Updates versorgen. Natürlich, hat Robin schon erwähnt, pro Euro, den ihr spendet, sind wir bereit einen Kilometer Richtung Tirol zu gehen. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man mehr als einen Euro spendet. Und für die Leute haben wir uns natürlich auch was überlegt. Ab einem Spendenbeitritt von 10 Euro werdet ihr auf unsere neuen CompiTicket Austria T-Shirts gedruckt, die wir in den nächsten eineinhalb Jahren auf diversen Events, Veranstaltungen und Wettbewerben tragen werden. Vielleicht auch für Unternehmen recht interessant. Wir wären nämlich auch bereit, das Logo zu platzieren. Oder eben euren Namen. Ab einem Spendenbeitrag von 20 Euro erhält man zusätzlich zum Namen am T-Shirt die Teilnahme an einer Verlosung. Wir haben uns für die Verlosung drei Preise überlegt. Der erste Preis ist ein Abendessen mit uns beiden Gründern, egal wo in Österreich. Wir sind ja bereit, wie man sieht, bis nach Tirol zu Fuß zu gehen. Der zweite Preis ist ein CompiTicket Austria Geschenkkorb mit coolen Produkten von unseren Partnern. Wir haben als Partner beispielsweise Leo Hillinger oder Steiragraf, also da werden sehr vielfältige Produkte beinhaltet sein. Und der dritte Preis ist ein Regionalticket nach Wahl. Sei es das Ostticket, das Südticket oder das Westticket. Für all jene, die jetzt aber noch mehr spenden wollen, haben wir zusätzlich zum Namen am T-Shirt und zur Teilnahme am Gewinnspiel ab einem Spendbeitrag von 50 Euro eine gratis Dose Energy Drink. Das ist ziemlich cool, denn die Energy Drinks sind auf 100 Stück limitiert. Es wird kein Stück mehr produziert. Wir freuen uns auf eure Unterstützung und können nur sagen, dass ihr über unsere sozialen Netzwerke, CompiTicket Underline Austria auf Instagram oder einfach CompiTicket Austria auf Facebook immer up-to-date bleiben könnt. Wenn wir posten, wie wir uns derzeit auf unsere Wanderung nach Tirol vorbereiten. Mit eurer Unterstützung den extra Kilometer Richtung Tirol.